Als kleines Land wie die Schweiz ist es wichtig, dass wir grosse Unternehmen haben, die investieren, die Arbeitsplätze arbeiten. Ich bin André Silberschmid, Präsident der Jungversinnung der Schweiz und setze mich sehr stark für die Anliegen der Jungen ein. Wir brauchen Rechtssicherheit und das haben wir mit der AV-Steuervorlage. Klar ist es unschön, dass zwei Vorlagen miteinander verknüpft werden. Doch am Endfunktag geht es darum, hat man etwas in der Hand oder hat man keine Lösung. Die Argumente sind klar für die AV-Steuervorlage. Jetzt ist es wichtig, dass du abstimmst, dass du an die Urne gehst. Ein Ja einleihst am 19. Mai, das wir am Schluss gewinnen.